Alter, der sieht so geil aus, ne? Alter, der sieht so geil aus, boah. Hat der Fizz irgendeine Lega? Guck ich mal gerade. Er soll, ich denk mal, ja, er hat Runen, hat er wohl. Hm, Bronze. Cool, okay, ich hab kein Flash und kein Ignite. Wolle ich mit dem V-Sieger spielen, ansonsten sind wir gleich. So. Willkommen in der Fluss der Beschwörer. Sobald Nasus auf 100 HP ist, beide Ignite drauf, ne? Gehen wir schon hin. Ja, du musst einfach versuchen, aggressiv gegen ihn zu spielen, ne? Lass ihn bloß nicht sein Q fahren. Oha. Ja, da hat er recht. Ich bin dann jetzt schon bei 10 Minuten mit 100 Stacks rumrennt. Ja, okay, das ist nicht gut, dann wollen wir mal 200. Dann wird's über. Im Late Game kriegst du ihn fast nicht mehr down, jetzt zieht der einfach so viel. Muss halt gefokust werden. Na, der war auf Tank, den solltest du nicht fokussen. Nasus Taktik ist die einfachste. Du brauchst ihn voll auf Tank, aber stack sein Q. sein Q macht immer mehr Schaden. Hm, jaja. Ich hab den ja auch schon einfach mal gezockt, aber naja. Dix ist im Angebot, den hab ich mir eben geholt. Wen? Dix, das ist ein kleiner Wolf. Achso. Der hat dich mit Bomben geschmeißt. Was soll das sein? Wolf? Dax? Naja. 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 Und da ist Nasus. Und immer versuchen Lads zu hitten, damit du das Gold bekommst. Ist ja aufgarten. Ja, da ist er. Ah, so gut, da ist ein Fasnach. Ah, nice. Naja. Kann man das irgendwo sehen, welches, also wie weit er seinen Q gestackt hat? Ja, das hat nen Buff. Na, schon Flash draus, Fas? Ich kann ihn gleich slowen, wenn wir ihn angreifen, na gut, ne ne, ok. Ich bin gechaled, alles gechaled. Ja, aber an unseren Minions stackt er sich halt hoch, ne? Wahrscheinlich jetzt. Ja, er kriegt kein Last Hitten, der ist nen Lappen, das sehe ich jetzt schon. Der Tower, der Tower kriegt mich schneller down als er, er muss Last Hitten. Lass das Ding. Und Fizz ist übelst, äh, depressed am Tower. Ich zieh das mega, ja. Ich hab ja so in letzter Zeit aufgespielt. Ah, da kommt er weg. Müssen die halt auch ein bisschen aufpassen wegen Yi, ne? Äh, deswegen hast du nen Vote. Ja, ja. Also, ich, ich, ich leg das zuerst. Wir wechseln uns einfach ab. Ah, das machst du Yi, der war grad mitte. Konntest du mir, oder Fott? Äh, weiß ich nicht, ähm, er hat sich grad nur kurz gezeigt. Okay. Na, er kann wohl. Er kann sein, dass er zurückkommt. Ah, schon. Komm her, Fottie. Du kannst mal hier worden. Am besten. Kann man sehen. War so. Ne, Lebensversicherung ist das. Du hast gar nicht viel Spaß, ich gerade habe. By the way, er ist gerade von seiner Base zurückgekommen, guck ihn an. Er farmt unter dem Tower, er verliert soviel da, äh, farm Bei uns grad auch Der Bait, doch nicht Aber lass ihn mal ein bisschen Minions machen, mal ein bisschen pushen Da kommt Wasser, eh Ach, das ist dieser Massey Weil ich weglaufen musste Ja, da kommt er wahrscheinlich zu uns, er nett, dumm ist er Kein Plan, aber Fitt ist auch schlecht Ja, ja Du kannst versuchen, Fitt zu finishen, guck ihn da live an Ja, kann ich machen Ignite drauf, Flash und gib ihn Einfach einen Jump Aber ich glaub, der hat gewartet Naja, der hat gewartet Ja, oder so Das ist okay Ah, sicherer Kill, ne? Good job Ich pomme ihn mal kurz zurück Weißt Bescheid, Forti No Ich weiß nicht, die Worte sind weg Der ist mit dem Moment Den hole ich mir jetzt Ja, der Nasus ist ja jetzt schon Level 6 Ah, das passt schon Glaub mir, da tollst du easy ein Außerdem bist du Garen, das ist Ist ein OP-Champ Moa, versuch nur mal, Les zu hitten Damit du die Minions, das Gold bekommst, das ist ganz wichtig Ähm, Yasuo fick gerade Genau, sehr schön Da deckt er sich Ja, das Nasus, die decken da gleich ein paar Qs und dann sind sie sehr OP Ja Fizz ist okay, leider Aber ich bin jetzt Level 6 Fizz, Tassau Heißt ja, direkt ist leider noch, der heißt Apes Club Apes Club Jee, ist verschwunden Wenn wir gleich Level 6 sind, dann können wir theoretisch auf dem Tower diven und dann auch haben wir den Aufdown Also Nasus Ich preußte echt, so oder eigentlich nein Jee könnte irgendwo hier sein, oder? Ops So Genau, du Wie viel Kohl hast du? Aber weißt du, was du kaufst denn so an Items? Naja, ich kaufe einfach das, was mir empfohlen wird Lass einfach voll tanken Lass einfach voll tanken Also der, also Verteidigungsding Ja genau Äh, defensiv Hol dir als erstes hier den Gürtel Äh, den Gürtel des Riesen am besten Ach, Fizz die Fizz Ja Ich hab mal eindeutig so viel Fake angeguckt Gürtel des Riesen am besten Gürtel des Riesen am besten Gürtel des Riesen am besten Ich hab mir Schaden gemacht, denke ich, er kann mir unboxen Wie läuft Bot? Nööö, nicht so gut, glaub ich Oder? Doch, doch, doch Guck uns aufs Gürtel, 7 zu 1 Und Ash tot Wer nimmt dann schon Garen als Supporter, ich bitte dich Gürtel des Riesen am besten No Level Gürtel des Riesen am besten Ich hab's mal gewartet, wie ich mein Static hat Ich hab's halt erstmal ein Pushen Ich frag mich, wo der G ist Der G ist Meinst er hat den Red gemacht? Ich guck mal, komm mal Vielleicht macht er ja grad den Red, das wär's cool Pass auf Ah, hat er gemacht Es ist zwar am Tower, aber ich kann schnell zu dir kommen Hey Okay, das war jetzt Shikey Supporti Das war dein Ulti, oder? Ja Ja Du kannst mit der Ulti-One hitten, aber erst wenn er nur live ist am besten Demarsch ja Äh, Fizz mit, äh, SS, ne? Ich geh mal kurz weg, naja, egal Fizz ist, äh, Bot Weil er gegen mich nix geschissen kriegt Ah, das ist feinlich Guck mal, jetzt, jetzt fehlt dir der Bot Gehen, äh, ich hoffe doch Der Kerl ist super, ich mag den Ah, schade So ein richtiger Try-Hard So ein richtiger Try-Hard Lago, drauf, 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 drauf Ich fände ihn sympathisch Au, das reicht schon, das reicht schon f*** aus Na, guck mal, das muss ich Geh mal kurz weg Geh mal kurz weg Man muss ihn, man muss ihn, man muss ihn, man muss ihn, man muss ihn spielen können Ja, wenn ich nicht kann Ich bin Level 9, er ist Level 7 Ich frag mich, wo Master G ist, Alter, kommt der gar nix mit, oder was? Na, der Mitte traut dich auf keinen Fall Geh mal kurz weg Verschiff Ich guck jetzt einfach nach dem Red Jetzt, äh Oh, warte, äh Äh, 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 genau, genau, geh auf Nasus Pass auf Nasus, geh Okay Okay, jetzt nicht mehr Ja, ich hab jetzt nicht drauf geachtet, dass du ankommst, hättest du mir was sagen können Ich, die, die Minimap, die hab ich irgendwie nicht so richtig, äh, im Griff hier, ne? Du kannst die größer machen, ne? Ja, dann seh ich aber nix Genau, so ist es ja Ja, lass mal die Tower doch noch, mach mal deine Kur auf den Tower und ich auch jetzt, guck guck Und dann bockst du ihn um da Lass mich mal angucken Good job Ah, GG Äh, Fizz ist SS, ne? Ah, der soll ja kommen Ja, ne, ich hoffe, der wird sich schon wieder weggegangen Er kam kurz an, ich hab... Zeh ja Zeh ja Da, stopp Denkland, unterschätz ich nicht Es ist immer noch ein Fizz Oh! Bin to win! Hauptsache Fortyardin, Hauptsache Fortyardin Yeah! Mies geslackt Auf jeden Hände Ich hab noch mal einen Hände So I Wart Du Machst du in die Mitte? Ich hab noch den Hände Ach, der Hände Okay, Nasus ist wieder da Ich weiß gar nicht, was du da hast, Jaren, weil du das doch da Ist doch da Der hat die kleinen gemacht, aber nicht die großen Ja, ich weiß nicht, dass die versuchen könnte sein, dass Fizz auch hier zurückgekommen, ne? Ah, ich bin doch nö. Haben wir überhaupt nen Jungler? Nein, er ist nicht so richtig. Da ist Masai. Guck mal, Masai. Masai, komm zu dir. Den hole ich mir. Ja, die haben nen Jungler, ja. Nein. Ah, nein, den soll ich nicht diben. Ach, Fizz ist jetzt aufbauen. Den sollte ich nicht diben. Wie hoch hat der sein Q? 174. Ah, ist gar nicht so schlecht. Du packst ihn schon. Der Q ist Fizz. Nee, ich brot mich weg. Ah, ist doch schön. Wenn die keinen Jungler haben. Wenn die jetzt Fizz ernsthaft hinterher, ist der dumm oder so? Den hab ich gerade abgerissen. Oh Gott, der Q ist ja richtig gut. Oh, der Tryhard. Hast du's gesehen? Der Tryhard. Aber richtig krass gefailt. Ah, der Tryhard, Alter. Sowas ist... sowas ist... sowas ist... sowas ist... sowas ist saug gekriegt. Bester, Mann. Oh, Mann. Das wird am Ende eh nur noch wer am meisten Kills dealt. Von uns beiden. Aber die kriegen ja irgendwie nicht so viele Kills, ne? Der Gegner. Ich hab Glück, nein. Die beiden, die die gemacht haben, war ich übrigens, oder was? Ne, Quatsch. Bot. Kannst du mir grad helfen? Tower einreißen? Na ja. Ja. Bist du da, bist du ja down. Vergiss es. Ach, ich kann's sagen. Ich warte hier auf Filz, wenn er kommt. Der kommt nicht. Lass mal den Asus abreißen. Ja. Ich hab nen Red Buff. Du auch? Los, Foti, gib ihn. Du hast Sonnenfeuerumhang. Das ist okay, Alter. Kannst schon mal drauf gehen, Foti. Geh schon mal rauf. Tue so, als wenn du ihn... Als wenn du denken würdest, du könntest ihn besiegen. Ja. Okay, jetzt, jetzt rennt er eh weg. Einer. 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 Nein. Du spielst nen lachhaften, einfachen Jam. Ich? Ich? Jaja, natürlich. Ich wollte Wayne spielen, aber ich weiß das nicht so wie das mit dem Support aussieht. Ja, das ist total. Das ist, äh, auf dieser Stufe vom Level her. Die spielen halt so wie sie wollen, so weiss? Ja, na klar. Einer ist fest. Ach, Lust und Laune. Börder. Ah, Damage schon wieder OP. War das nahe gar nicht. Boah. Einer, komm mal, komm mal, fest, komm mal fest. Nasus ist wieder da. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Ah, Schutzschweb, auf jeden Fall. Warte, ich komm zu dir. Er hat halt einfach ignite, das ist das Problem. Äh, ist kein Ding. Ich bin eh weg. Oh, ich dachte, der läuft hier. Ich wollte gerade sagen, er sei denn, der poppt jetzt in der Ulti. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht hinterher. Ach, der läuft hier nicht hinterher, man. Schade. Boah, Livestil. Weißer. Hallo. Ja. Ich glaub's nicht, du Sack. Du bist Sack. Wer ist Bravo? Aber ich hab ein bisschen gefeit in meinem Itembild. Oh, Nasus. Ich hab ein bisschen gefeit in meinem Itembild. Er hat halt Ulti. Er ist verwirrt, er weiß schon so gut sein. Nein! Ach, Mann, was spiel ich denn da? Kacke. Ja. Ah, ist GG. Ah, ich hab, äh. Hast du diesen kurzen Moment seiner Verwirrung gesehen? Ja, Mann. Er geht nach oben, er geht verrückt, er weiß nicht was dazu zu sein. Ja, ich hab, ich bin so dumm, hab ihn gesehen auch noch und, wo ich Level Up war, muss ich ja dann halt die Fähigkeiten, die Verbesserung von Kassiks, ne? Und das hab ich mit im Kampf gemacht, die Studi, ja. Ja, Evolve-Time-Infight. Ja, ich hab das lange, ich hab lange den Charlie nicht mehr gespielt, lass mich in Ruhe. Was hast du eigentlich Evolved? Was hast du hier, was hast du hier, Evolved? Sag mal. Hä? Als erstes, als erstes, das R? Hm, geht so. Wenn du als erstes, das I Evolved, dann könntest du besser ganken. Ach, Moment, du hast nur mein zweites Evolved, ne? Ja, hab ich da, wollte ich gerade sagen, jetzt schon mal zweit. Ja, aber trotzdem erstes EQ. Finde ich zumindest besser, also so mach ich das immer. Mensch, mit dem Gang, ne? Oh, eh. Ich könnte da rein spielen. Ah, ich spiel ihn ja gar nicht, ich spiel dann Non-Storeign. Guck mal, guck mal, das ist fest, guck mal, das ist fest. Oh, guck mal, die waren gerade 3 gegen 2. Das ist... Ey, den Triple hol ich mir. Nein, das ist meiner, das ist meiner, Digga, das ist meiner. Den Triple hol ich mir, den Triple hol ich mir. Komm, warte, warte, renn die denn immer weg. Ach, komm, schneller. Ich hab die Flash. Ich hab die Flash. Ich hab die Flash wirklich. Nasus. Du Arsch. Also der Tower hier ist jetzt vermutlich down. Bei mir. Jo. Äh, helf mir mal. Ach, JK, helf mir nicht. Was machst du noch? Der braucht dich schon. Ach so. Also ich bin Legendary und du? Ich komm gleich. Aber ich vergiss das du schon. Ah, schon ein Tod, ah. Das ist aber schlecht. Ach, schon zwei Tod, oh. Ja man, echt. Heftig, ne? Oh man. Ich bringe Gerechtigkeit. Welcher Temp auch auf Low Level abfuckt, ist Timo. Ich hab die jetzt richtig ab, die Leute. Ja gut, die Horde. Der fuckt auch so richtig ab. Also, nicht nur. Die Horde. Boah, hast denn die denn schon abgelassen? Ach da oben. Haha, Loop. Digga, du bist tot. Vergiss das, du bist tot. Nein! Na, zu viel. Das wird dir jedenfalls zu Queety. Ach man, ey, jetzt geh ich ab. Oh, jetzt reicht's ihm. Jetzt muss ich. Was, da hast du dein Hyper fertig? Ah, bleh. Ich hab mich schwimmen auf Lebenslauf wieder. Ich weiß auch nicht, ja. K6 hat mich früher aufgewundert, äh, K6, aber. Ah. Sind mir so mein Champ. Komme. Schaut mal ein Busch. Mal sehen, ob Fizz kommt. Seht nicht so aus. Aber was ist. Opsage 40 wird gepusht. Na dann, wir haben ihn hingegeben. Also, ich finde, wir sind ein bisschen Diven. Komm auch gleich. Naja, kein Bock, ich will nicht Diven. Kein Bock mehr, selbst zu Diven. Obwohl ich schon nicht weiß, ob ein Team follows. Wollen wir Dragon machen, oder? Ich fahr noch ein bisschen. Wollen wir mal an. Wollen wir mal an. Wollen wir mal an? Wollen wir mal an? Wollen wir mal an? Hier unten war noch... Hier, 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 hier. Achtung, da kommt von unten. Wie heißt die? Keine Ahnung, wie die heißt. Gott. Es wir. Wollen. Das ist deine Schuld. Ja, hast verdient. Was hast du verdient? Was hast du so verdient? Was hast du so verdient, ey? Es, 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 es. Ey du, jag dir mal in meine Arme. Ey, ich glaub's nicht. Nichts glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Nächstes kannst du aber. Ey, ich glaub's nicht, ey. Ja, die Ecke hat's leckt. Ja, die Ecke hat's leckt. Ja, die Ecke hat's leckt. Ja, wie ist das denn hier? Wie ein Gott. Komm an, der Dash. Ich's meine. Lass die VT. Ich lauf einfach hinterher. So als, äh. So als Pseudo-Support. Nein, helf mir. VT, helf mir. Lass die VT, das ist meine. Hilf mir. Och. Och, fuck. Unser Cupix ist ja nicht so der Beste, ne? Ne, überhaupt nicht, ey. Ich bin recht dreckig, Mann. Nein, Mann. Hab ich für Stats? Och. Ich call gleich. Ja, ja. Ist nicht so doll, ne? Guck dir deinen Farm an, ey. Guck dir den allgemeinen Farm der Spieler hier an. Äh. Farmer hab ich jetzt nicht so geachtet. Ja, du geil hast du da. Du bist so greedy. Mega. Ich geh weg. Mit 3000 Gold. Ja, ich auch jetzt. Ich hab mal den Infinity Edge. Soll ich mir ne Hydra bauen, oder Blattsterster? Äh. Ich hab mal auf Hydra gespielt, ne? Ja, jetzt kannst du nicht so klar, aber ist der Suo? Nee. Komm her, ist ein Last Whisper. Dein Perwick muss reichen. Ist der Ezreal? Nein, der Ezreal überlebt. Boi, oi, oi. Dein Nasen musst du auch passen. Er hat gut Sex. Ja, ich geh jetzt rauf. You better run next time. So. Ah, Ezreal. Ultra Joe? Dona, bin ich jetzt mal ganz cool und komm einfach von hinten jetzt. Oh, Leute. Nami, wirklich? Nami, wirklich? Nami. Nami und Ez. Oberkills-Dealer. Den Kills krieg ich jetzt, ne? Naja, den darf ich nicht. Den Kills krieg ich. Alter, jeder Kills geht hier. Wie ein Kills. Schneller, gönn dir. Auf, ich verkackste. Wär ja auch zu schnell mal zu sein, ne? Ja, das ist halt für mich irgendwie auch total ungewohnt, einen Melee zu zocken. Ich hab ja mich ein bisschen, ja, mehr oder weniger auf die ADC eingezockt, so ein bisschen. Aber ja gut, ich mein... Oh, ADC, ich verstehe dich. Ich zock auch grad vergrotten. Ich kann alles. Ja, ich spiel ADC Main wegen Ranked. Nö, nö, ich kann alles ranken. Also, nein, nein, also jetzt sag mal so, Ranked oder Norm ist jetzt eigentlich kein Unterschied. Wörteln kann ich... ...so gut wie alles, ganz gut. Spielen. Wirst du greedy. Da steht ja schon. Oh, nur auf. Ist okay? Oh, ey, wieso hab ich meine Dings nicht gemacht? Hab ich grad nicht gesagt, du wirst du greedy? Ah. Mach ein Fisch. Warte im Busch. Uffi, die ja so. So gut wie die geh ich nicht. Du bist ja noch Level 14. Ich bin Level 13. Ich bin Level 16. Du bist ja auch OP. Ah, geht. I call it skill. Ja, aber ne, ich hab mich ja so schon genommen auf den Smurf-Account, weil er halt... ...easy zu facken ist. ...eicht OP ist. Nasus kommt. Dead Arrow! Oh, mein Nasus. Forti, tank mal. Geh mal rein. Ich hab Angst. Du bist Tank. Das war alles. Das ist echt ein Game, Alter. Kenn ich auch nicht so. Ich hab eben Trash gespielt. Und hatten... ...the best ADC in my life. Diese Jinx ist so dermaßen abgegangen. Niemals. Niemals. Hast mich noch nicht zocken gesehen. Wir haben... Wir waren ja mit 10. Und... ...waren bei der Nexus. ... Wow. Alter, was war das für ne Ulti, Alter. Ja, so. Demarsch, ja. Wirst du müde. Lass dir jetzt schon. Reading time. Rampflack. Ach, ich hab nebens drauf. Ja, TJ. Na. Aufgegeben. Naja. Nice. Hast du gesagt, was der am Anfang abgezogen hat? Ja.